Seid gegrüßt im zweiten Teil von Stringova, eine 5 vs 5 Anime Battle Royale Shooter, angelehnt an Valorant & Co. Ich zeige euch in diesem Teil die zweite Map und weitere Spielarten wie man das Spiel spielen könnte. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, lasst doch gerne das Feedback in den Comis da oder ein Däumchen nach oben, würde mich sehr drüber freuen. In diesem Sinne lasst uns nicht lange schnacken. Ich melde mich am Ende des Videos wieder. Bis zum nächsten Mal. As the mission started, leave it to me. Bis zum nächsten Mal. 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 The leading team has reached 20 points. The leading team has reached 30 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 points.